So meine Lieben, das hier ist ein Wunschthema von einem Kanalmitglied, dem ich versprochen hatte, mir mal ein paar Gedanken dazu zu machen. Und zwar geht es um das Thema autistische Wahrnehmung, auch in Assoziation mit autistischem Denken und auch autistischem Fühlen. Denn das sind Sachen, die sehr häufig vermengt werden, die eigentlich natürlich nicht zusammengehören, denn eine spezifische Art zu denken und zu fühlen ist natürlich eigentlich immer noch etwas anderes als die reine Wahrnehmung. Wir werden aber trotzdem alle drei Dinge in diesem Video ansprechen und ich werde da mal ein paar Dinge zu sagen. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn die autistische Wahrnehmung, die in den vergangenen Jahrzehnten sehr, sehr wenig Beachtung bekommen hat, bekommt heutzutage in der Fachwelt immer mehr Aufmerksamkeit und ist auch der Grund, warum Autismus heute nicht mehr als eine reine Behinderung gesehen wird, zum Beispiel wegen Defiziten, Einschränkungen, Schwächen in der Empathie und im zwischenmenschlichen Umgang und so weiter und so fort, sondern weil die autistische Wahrnehmung auch einige Vorteile bietet, wie zum Beispiel Details besser wahrnehmen zu können. Aber auf all das kommen wir in diesem Video zu sprechen. Ganz wichtig ist es aber auch anzuerkennen, dass gerade in diesem Bereich sehr viele Mythen noch immer kursieren in den Medien, ja, über die ich auch schon häufig berichtet habe auf diesem Kanal, insbesondere wenn es dann ja mehr in Richtung autistisches Fühlen geht, ja, sehr hochempfindliche Sinnesorgane zu haben, ja, dass einem die Ohren schon richtig wehtun von den kleinsten Geräuschen und so weiter und so fort. Da habe ich schon sehr, sehr viel zu diesem Thema gesagt auf diesem Kanal. Werde mich da auch in diesem Video nochmal in ein, zwei Punkten wiederholen. Und wichtig ist es mir aber auch, über diese Mythen wirklich sachlich aufzuklären. Fangen wir aber an mit der autistischen Wahrnehmung, ja. Hier finden wir in der Literatur beschrieben, dass Menschen eine sehr detailorientierte Wahrnehmung haben und deswegen sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen sehr häufig nicht sehen können. Was bedeutet dieses Sprichwort, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können? Das bedeutet, dass ein Mensch so sehr auf einzelne Details fixiert ist von seiner Wahrnehmung, dass er den Gesamtzusammenhang nicht mehr erkennt. Dass wir also einen Autisten haben, der zwar ganz viele einzelne Bäume sieht, ich sehe hier einen Baum und da einen Baum und da einen Baum, aber es nicht schafft zu erkennen, dass das alles eine Überkategorie bildet, nämlich einen kompletten Wald, ja. Deswegen ist diese Detailwahrnehmung, ja, wegen der wir zu Recht sagen können, Autismus ist nicht nur eine reine Behinderung, sondern hat auch Vorteile. Das ist ganz wichtig, dass das eine sehr große Stärke ist, aber auch ein sehr großer Nachteil sein kann. Denn wer den Wald nicht sieht, obwohl es so viele Bäume gibt, der hat Schwierigkeiten, den Gesamtzusammenhang einer bestimmten Sache oder auch, ja, der ganzen Welt, sage ich mal, zu erkennen. Es gibt verschiedenste Untersuchungen, dass Autisten Details sehr viel besser erkennen können als Nicht-Autisten, ja. Und das sehen wir auch in den immer wieder, ja, speziellen autistischen Berufen. Es gibt ja heutzutage auch Arbeitgeber, die sich für Arbeiten für Autisten spezialisiert haben. Und da haben wir es leider auch sehr häufig, dass dann diese Autisten rangezogen werden für sehr repetitive und stumpfe Arbeit, zum Beispiel immer wieder bestimmte Webseiten aktualisieren und nachschauen, ob dort Fehler sich eingeschlichen haben oder irgendwelche Codes durchsuchen nach Abweichungen in der Struktur und so weiter und so fort, ja. In jedem Fall können wir aber sagen, dass Autisten in aller Regel Details sehr viel stärker wahrnehmen als Nicht-Autisten. Des Weiteren wird in der Literatur genannt, dass Menschen mit Autismus einzelnen Sinneskanälen den Vorzug geben, also zum Beispiel dem Hören oder dem Sehen und weniger dazu neigen, alle Sinneskanäle, die sie haben, gleichermaßen zur gleichen Zeit einzusetzen, um eine bestimmte Sache, einen Sachverhalt in der Außenwelt wahrzunehmen und zu erfassen. Das heißt also, wenn ein Autist sich mit einer Sache auseinandersetzt, bevorzugt er hier das überwiegend über nur einen Sinneskanal zu tun. Meistens ist das zum Beispiel das Sehen, ja. Und auf der anderen Seite ist das so, dass Autisten ganz generell häufig Vorlieben haben für nur einen Sinneskanal, zum Beispiel das Hören oder das Sehen und andere Sinneskanale in der Begegnung mit der Welt eher vernachlässigt werden, zum Beispiel der taktile Sinn. Autisten nehmen ihre Welt sehr intensiv wahr und sehr gerne auch wahr, visuell und auch auditiv, aber häufig zum Beispiel sehr, sehr wenig mit ihren taktilen Reizen, also über die Empfindungen, über die Haut. Ja, das sind Sachen, die wir in der Literatur aufgelistet haben zum Thema autistische Wahrnehmung. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und nochmal, hier liegen die größten Stärken bei Menschen mit Autismus. Und gleichzeitig aber auch heißt es wirklich Obacht, denn wir dürfen, wir sollten natürlich nicht bei all unserer Detailwahrnehmung den Gesamtzusammenhang verkennen, ja. Deswegen, gerade wenn du auch ein von Autismus Betroffener bist, immer darauf achten, auch den Gesamtzusammenhang noch einmal anzuerkennen, vielleicht besonders versuchen, den noch einmal wahrzunehmen und auch zu verarbeiten. Kommen wir aber zum autistischen Denken. Das natürlich, das möchte ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich sagen, im extremen Zusammenhang steht mit der Wahrnehmung, ja. Und natürlich auch im Zusammenhang steht mit dem Fühlen. Wir können das nicht zu 100% getrennt voneinander behandeln, ja. Ja, trotzdem möchte ich hier einige Sachen aufzählen, die wir in der Literatur finden zum autistischen Denken. Wie denken Autisten? Was ist ein typisch klischeehaftes Denken eines Autisten? Tja, und an erster Stelle finden wir hier die Spezialinteressen. Ja, Autisten sind sehr häufig, was ihr Denken und was ihre Interessensgebiete anbelangt, sehr monoton, auf ein oder einige wenige Interessensgebiete extrem beschränkt. Hat auch wieder Vorteile, nämlich eventuell ein richtiger Spezialist auf diesem Gebiet zu sein. Hat aber natürlich auch Nachteile. Da hat zum Beispiel Dr. Britta Schirmer darauf hingewiesen, dass das natürlich auch bedeutet, dass Autisten generell weniger lernen, was ihr gesamtes Leben anbelangt, als Nicht-Autisten. Denn wer, was sein Interessengebiet anbelangt, sehr repetitiv ist insbesondere und auch beschränkt, wer also häufig seinen Tag damit ausfüllt, bestimmte Dinge immer und immer wieder zu wiederholen, lernt natürlich weniger Neues, weil er seine Zeit weniger dafür einsetzt, neue Sachen kennenzulernen. Und so weist die Frau Schirmer darauf hin, dass wir sagen können, dass Autisten eventuell grundsätzlich weniger lernen als Nicht-Autisten. Dazu gehört auch mangelnde Flexibilität im Denken und ja, eventuell einen Widerwillen oder gar eine Unfähigkeit von einem einmal eingeschlagenen Weg, von einem Lösungsweg, von einem Denkweg abzulassen. Insbesondere natürlich dann, wenn er sich eventuell als Irrtum rausgestellt hat, mit dem man nicht weiterkommt. Eine eingeschränkte Flexibilität im Denken. Außerdem wird angegeben, ja, eine starke Beschränkung auf das logisch-rationale Denken und weniger ein ganzheitlich intuitives Denken. Ja, dass Autisten sagen, das rationale Denken liegt mir am meisten. Das geht sogar bis zu einer Verkennung des Nutzens oder der Sinnhaftigkeit oder der positiven Aspekte von nicht-rationalem, gefühlsmäßigem, intuitiven Denken. Außerdem, und ich bitte hier zu bedenken, dass es nicht meine Formulierung ist, sondern dass ich jetzt exakt wiedergebe, was in der Literatur zu diesem Thema zu finden ist, haben wir hier eine starke Einengung auf die eigene egozentrische Sichtweise und Vernachlässigen der Sichtweise der anderen. Ja, das ist natürlich eine harte Kritik am autistischen Denken. Es ist eine Kritik, die möchte ich eigentlich zu sehr, sehr weiten Teilen sogar unterschreiben. Ich habe über dieses engstirnige Denken vieler Menschen mit Autismus auf diesem Kanal auch schon berichtet. Und Menschen mit Autismus ist hier auch schon ein gutes Stichwort, um ein Beispiel zu nennen, was das hier ein bisschen unterfüttert, was genau damit gemeint ist. Eingeengt sein auf die eigene egozentrische Sichtweise und Vernachlässigen der Sichtweise der anderen Menschen. Ja, und zwar habe ich letztens bei Twitter eine Diskussion verfolgt, nach der der Professor Vogelei einen Vortrag gehalten soll auf einer Tagung, wenn ich mich richtig erinnere. Und nach diesen Tweets wären dort zwei Autisten gewesen, die den Vortrag immer und immer wieder unterbrochen hätten, also dem vortragenden Dr. Vogelei über den Mund gefahren wären, den Vortrag gestört hätten und ihn gebeten hätten, anstatt der Formulierung in seinem Vortrag Menschen mit Autismus zu sagen, Autisten. Ja, denn sie würden es nicht wollen, dass man sagen würde, sie wären Menschen nur mit autistischen Eigenschaften, sondern Autismus würde so stark zu ihnen gehören, dass sie bitte Autisten genannt werden wollen, lieber Herr Vogelei. Und da muss ich sagen, das ist schon eine Groteske, denn wir haben, ja, wir sehen geschichtlich, psychiatriegeschichtlich in der Psychologie, dass es ein langer, langer Weg war, dass sich erkämpft wurde, dass Menschen nicht mehr Autisten, sondern Menschen mit Autismus genannt wurden oder zum Beispiel insbesondere nicht mehr Borderliner, sondern Menschen mit Borderline. Das ist ganz, ganz witzig, ja. Und dass also hier ein Vortrag unterbrochen wird, eine grobe Unhöflichkeit meiner Meinung nach, weil jetzt zwei autistische Individuen im Endeffekt die ganze Welt nach ihren eigenen Bedürfnissen ausgerichtet sehen wollen. Ich bin jemand, der benutzt diese Formulierung, egal ob Autist, Mensch mit Autismus, Borderliner, Menschen mit Borderline relativ flexibel, weil ich glaube, entscheidend ist der grundsätzliche Respekt, dem man einem Menschen entgegenbringt, die Demut auch, mit der man mit einem bestimmten Thema umgeht. Aber selbst ich, der diese Begriffe zum Beispiel beim Thema Borderline sehr gemischt verwendet, wurde zum Beispiel schon in Kommentaren darauf hingewiesen, dass es eben nicht Borderliner heißen soll, sondern Menschen mit Borderline. Es ist so witzig, dass auf der anderen Seite, während es also scheinbar ganz viele Menschen gibt, die ein konkretes Bedürfnis danach haben, nicht Borderliner, nicht Autisten genannt zu werden, sondern Menschen mit Autismus, Menschen mit Borderline, jetzt hier autistische Klienten, Autisten, einen Vortrag gar unterbrechen, weil sie meinen, es ist so wichtig, dass man eben wieder diese ganze Errungenschaft, diese ganze Entwicklung in der Psychiatrie rückgängig macht, um, so muss man es ganz klar sagen, die eigenen egozentrischen Bedürfnisse, anstatt Menschen mit Autismus, Autisten genannt zu werden, zu befriedigen. Ja, das finde ich auch sehr, sehr schade. Und das ist auch eine Sache, dieser Egozentrismus ist leider eine Sache, der auch sehr viel Zerwürfnis unter Autisten untereinander bringt, ja, dass Autisten leider, leider sehr intolerant sind gegenüber der Meinung von anderen und auch gegenüber der Meinung von anderen Autisten. Und ich spreche mich an dieser Stelle auch nochmal maximal aus für die Meinungsvielfalt und dass man es auch bitte aushalten und ertragen kann, wenn jemand anderes eine andere Meinung hat als man selber. Man kann eine Meinung haben über das Thema Menschen mit Autismus oder Autisten zu sagen, wie man möchte. Ja, mir ist das erst einmal schnurz. Ich möchte aber abschließend noch sagen, dass ich es in jedem Fall extrem unhöflich und egoistisch tatsächlich finde, zumindestens nach diesem Fall, den ich dort gelesen habe, wenn er sich so zugetragen hat, einen Vortrag, auf dem man zu Gast ist, ja, einen Vortragenden ständig zu unterbrechen, wegen so einer Lapaie. Kommen wir aber zum autistischen Fühlen. Auch sehr, sehr interessant, darüber mal zu sprechen. Hier denke ich, müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Zum einen, was fühle ich über meine Sinnesreize? Da habe ich ja schon drüber gesprochen, ja. Empfindliche Ohren zum Beispiel zu haben, empfindliche Augen zu haben, sehr empfindlich gegen Sonnenlicht, eventuell sogar den gesamten Tag mit einer Sonnenbrille umherrennen zu müssen, auch im Winter, weil ein Licht blendet, ja. Da kenne ich auch Autisten, bei denen das so extrem ausgeprägt ist, ja. Also hochempfindliche Sinne haben, wäre eine Eigenart, die häufig bei Menschen mit Autismus zutrifft. Aber nicht immer. Das ist sehr wichtig. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und auf der anderen Seite, welche Gefühle habe ich eigentlich in mir? Also nicht nur, was nehme ich über meine Sinnesorgane auf, sondern welche Gefühle habe ich in mir? Was fühle ich? Denn es ist tatsächlich so, dass Menschen mit Autismus, je stärker sie sich auch im Spektrum befinden, sehr, sehr häufig Probleme haben, differenziert über ihre eigenen Gefühle zu sprechen oder die sogar wahrzunehmen. Das hat mit der emotionalen Unreife im Vergleich zur intellektuellen Reife von Autisten zu tun. Da habe ich auch schon ein separates Video zu gemacht, das ihr euch an dieser Stelle anschauen könnt. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, dass man ja nicht grundlos von Autisten, vom kleinen Professorsyndrom spricht, ja. Dass wir da zum Beispiel kleine Kinder haben, die intellektuell extrem reif sind, kleine Professoren genannt werden, deswegen, ja, wieder natürlich auf der rationalen Ebene, aber gleichzeitig emotional von ihrem Reifen, wo weiter zurückliegen. Das ist eine allgemein bekannte Sache. Häufig ist es zum Beispiel so, dass erwachsene Autisten mit jugendlichen Nicht-Autisten sehr gut zurechtkommen, weil tatsächlich beide sich auf demselben Niveau der emotionalen Reife befinden. Das ist auch der Grund, warum man sagt, dass Autisten sehr, sehr häufig Schwierigkeiten haben im Umgang mit Gleichaltrigen. Ja, also die emotionale Reife von Menschen mit Autisten ist für das Alter, das sie haben, eher gering, steht aber in jedem Fall in einem extremen Missverhältnis zur intellektuellen Reife, die sehr häufig über dem Alter des Betroffenen liegt. Und genau wie ganz kleine Kinder Probleme haben, ihre Gefühle in sich richtig zu deuten, ja, und vor allen Dingen auch ausdifferenziert zu benennen und zu kommunizieren, ja, genauso ist es häufig bei Menschen mit Autismus, insbesondere dann, wenn sie stärker oder sogar sehr stark im Spektrum sind. Ganz zum Schluss noch einmal zu sprechen gekommen auf das Thema Sinnesorgane. Ja, es stimmt, viele Autisten haben das Problem sogar, ja, dass sie, was ihre Sinnesorgane anbelangt, hochsensibel sind. Es ist allerdings auch ein Thema, das medial wirklich extrem aufgeblasen wird und vieles, vieles von dem, was medial darüber erzählt wird, kann man einfach nicht so stehen lassen. Zum einen ist es nämlich so, dass dieser Bereich der Besonderheiten in der Sinneswahrnehmung in praktisch gar keinem der gültigen Diagnosekriterien, sei es jetzt im ICD-10, sei es jetzt im DSM-4, sei es bei Gilberg, ja, überhaupt berücksichtigt wird. Da kann jeder mal nachgucken. Es gibt nur den DSM-5, in dem es einen Punkt gibt zum Thema besondere Wahrnehmung über die Sinne. Das ist eine Sache, die sollten wir hier mal festhalten, wenn wir bedenken, wie massiv dieses Thema der ganz hochempfindlichen, besonderen Sinnesreize bei Autismus aufgebeuscht wird. Es gibt aktuell nur den DSM-5, der das überhaupt als Punkt aufgelistet hat. Wie es im ICD-11 sein wird, wissen wir natürlich noch nicht final. Fakt ist aber auch, dass der ICD-11 bis jetzt noch keine Gültigkeit hat. Deswegen nochmal, ich sage, dass in den derzeit gültigen Diagnose-Kriterien nur, ausschließlich nur der DSM-5 darüber überhaupt spricht. Und das ist insbesondere deshalb interessant, weil ja diese Diagnose-Handbücher insbesondere auch für die Kommunikation zwischen Fachleuten dienen. Der ICD-10, der DSM-5, ist ein Instrument, das Fachleute auf der gesamten Welt, also ein amerikanischer Forscher mit einem deutschen Forscher besser kommunizieren kann. Dass beide ganz genau genormt wissen, worüber sprechen sie, wenn sie bestimmte Begriffe oder Formulierungen verwenden. Das bedeutet, dass im aktuell gültigen Handbuch insbesondere Bedeutung für den wissenschaftlichen Diskurs nur in einem einzigen diese besonderen Sinneswahrnehmungen überhaupt Bedeutung finden. Nochmal, das bedeutet nicht, dass Autisten diese besondere Sinneswahrnehmung nicht mitunter haben. Aber es könnte doch ein Hinweis darauf sein, dass medial dieses Thema ein bisschen aufgebeuscht wird. Wir finden unter anderem zum Beispiel bei Tony Atwood, ja, nun einmal jemand, der absolut anerkannt ist als Forscher, als Fachmann im Bereich Autismus und der ja schon immer eine sehr progressive und auch gutmütige, weitläufige Ansicht hatte über das Thema Autismus. Dass nämlich genau diese Besonderheiten in der Sinneswahrnehmung, wenn die Sinne ganz, ganz empfindlich sind und jede Berührung eventuell wehtut oder die Ohren richtig wehtun bei irgendwelchen Kleinstgeräuschen vielleicht sogar schon, ja, oder der Geschmackssinn ganz extrem ist oder der Geruchssinn, die Augen vielleicht geblendet sind von dem normalen Sonnenlicht, ja, wie gesagt, ich kenne sogar Leute, die tragen Tag ein Tag aus eine Sonnenbrille deswegen, dass in aller, aller Regel diese Probleme weniger werden, je älter der Betroffene wird und deswegen es sich hierbei um ein Problem im Häkchen von Kindern, von Autismus, von Autisten, die Kinder sind, handelt. In aller Regel nehmen diese Probleme im Laufe des Erwachsenwerdens extrem ab und verschwinden eventuell sogar komplett. Das ist eine Sache, die kann ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin ja nun einmal auch diagnostizierter Asperger-Autist, bestätigen. Ich hatte früher diese Probleme extrem über die Haut, dass mir Berührungen wehgetan haben und so weiter und so fort. Auch das ist verschwunden. Und ich habe auch schon sehr, sehr viele Autisten gefragt, Umfragen gemacht unter Autisten, von denen ich auch weiß, dass sie eine Diagnose vom Facharzt haben. Im Grunde alle bestätigt, dass sie jetzt als Erwachsene diese Probleme nicht mehr haben. Ja, es ist ja nicht so, dass ich diese Videos zu diesem Thema einfach mache und irgendwas behaupte. Nein, ich sichere mich natürlich vorher ab und wie ihr seht, ich zitiere auch immer aus den Fachquellen. Nichts, was ich hier erzähle, sauge ich mir einfach aus den Fingern. Die ganze Diskussion wird meiner Meinung insbesondere dadurch verzerrt, dass wir einige weniger haben, die insbesondere in den sozialen Medien sehr extrem auf ihren eigenen Sinneswahrnehmungen herumreiten und den Diskurs durch eine aggressive Gesprächsführung dominieren. Das möchte ich einmal so ausdrücken. Ich habe schon sehr, sehr häufig darauf hingewiesen, dass es nicht schlau ist, wenn man schon ein Problem hat mit diesen empfindlichen Sinnen, sich immer noch weiter da rein zu steigern. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Meistens ist es zum Beispiel so, dass anstatt empfindlichen Sinnen zu haben, es nur eine Reizfilterschwäche ist, die hier vorliegt. Und eine Reizfilterschwäche ist sehr häufig zum Beispiel eine Traumafolgeerscheinung. Ich gebe ein Beispiel. Es kann nicht sein, dass wir einen Autisten haben, der sagt, yo, ich habe so empfindliche Ohren. Dieses und dieses kleinste Geräusch stört mich. Wenn er zu Hause ist, aber seine Lieblingsmusik aufflegt, kein Problem hat, die Boxen richtig aufzureißen. Ja, so nach dem Motto, die Geräusche, die mir gefallen, die tun mir nicht weh. Die Geräusche, die mir nicht gefallen, die tun mir aber weh. Ja, da sehen wir schon, dass es sich hier eben nicht grundsätzlich um empfindliche Sinnesorgane handelt, denn dann würde ja alles wehtun, sondern um die innere Einstellung zu dem Gehörten. Das ist aber etwas ganz anderes. Und da mahne ich, ich mache es auch in diesem Video erneut, davor, sich in negative Art und Weise zu sehr da reinzusteigern. Ich hatte einen Kommentar unter einem Video, in dem ich sehr scharf kritisiert wurde, dass das ja alles Quatsch sei, dass man sich da nur reinsteigern würde. Die betreffende Person würde sogar den Strom durch die Kabel fließen hören. Ja, das muss man sich einmal vorstellen. Wir sehen doch hier schlicht und ergreifend, dass es hier in den allermeisten Fällen eben nicht um empfindliche Sinnesorgane geht. Und nochmal, ja, und da komme ich zurück auf das Thema egozentrisches Denken und die Meinung anderer Menschen nicht anerkennen. Es ist richtig, dass Autisten untereinander natürlich gleicher sind als Autisten mit Nicht-Autisten. Warum? Weil sie natürlich schon eine Diagnose haben mit eng umgrenzten Kriterien. Das ist ja ganz logisch. Trotzdem sind natürlich auch Autisten untereinander unterschiedlich. Und ich möchte wirklich davor warnen, eine Sache, die immer und immer wieder passiert im Internet, von sich, wenn du jetzt zum Beispiel ein Autist bist, der eventuell tatsächlich empfindliche Sinnesorgane hast, zu sagen oder davon auszugehen, es wäre typisch autistisch, diese empfindlichen Sinnesorgane zu haben. Das ist mitnichten so. Ja, Edward weist darauf hin, ja, es ist allgemein in der Literatur bekannt, ich bestätige es dir auch nochmal, als jemand, der eine Autismusdiagnose hat, dass ich dieses Problem nicht mehr habe. Und wie gesagt, selbst in den Diagnose-Handbüchern finden wir es nur an einer einzigen Stelle. Ja, deswegen ist es nicht typisch autistisch, dass Menschen empfindliche Sinnesorgane haben. Unter anderem zum Beispiel auch deshalb, weil ja auch Nicht-Autisten sich, dass es auch hoch sensible Nicht-Autisten gibt. Menschen, die nicht die Diagnose-Kriterien erfüllen, die nicht autistisch sind, auch nicht ein bisschen, und die trotzdem empfindliche Sinnesorgane haben. Es ist richtig, dass empfindliche Sinnesorgane mit Autismus häufiger mal eine Überschneidung hat, aber es ist nicht typisch autistisch. Und vor allen Dingen darauf möchte ich noch einmal hinweisen, nicht so extrem typisch autistisch, wie es in den Medien sehr skandalös und sehr aufgeblasen häufig behauptet wird. Ja, meine Lieben, und mit diesen Worten soll es das für dieses Video auch gewesen sein. Ich denke, das Video ist mal wieder lange genug. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen inspirieren, ein bisschen weiterhelfen, aufklären. Das würde mich freuen. Zumindest uns unterhalten. Ich hoffe, dass ich die Frage des Fragestellers, für den ich dieses Video mache, einigermaßen erschöpfend beantwortet habe. Wenn nicht, schreib mir gerne noch mal. Dann kriegst du noch mal einen kleinen Text, falls da noch irgendwelche Fragen offen sein sollten. Alles kein Thema. Abonniert gerne mich und diesen Kanal, wenn euch solche Themen interessieren, insbesondere auch zum Thema Autismus-Asperger-Syndrom. Ja, wie gesagt, diese Sachen ziehe ich mir nicht aus den Fingern. Wir gehen ja auch wirklich auf die Fachliteratur ein. Oder wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest oder wenn du auch eine Frage hast, dann werd auch gerne Kanalmitglied. Damit hilfst du mir und diesem Projekt sehr, sehr weiter. Und ich wünsche wie immer allen von euch alles Gute auf ihrem Lebensweg. Haltet die Ohren steif, Leute. Seid tolerant gegenüber der Meinung anderer. Und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. und ich denke, Das war's für heute.